In Punta Arenas ist angekommen, der Ausgangspunkt für Vater Karni. Diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen, so dicht, das ist unglaublich. Unsere schöne Airbnb mitten im Wald in Ushuaia. Traumhaft. Innerhalb von kürzester Zeit änderte sich die Landschaft auf unserer Wanderung zur Lagune. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da stand ich nun am Ende der Welt mit dem Vorhaben in die Antarktis zu fahren, aber dann kam alles anders. Mit dem Mietwagen durch Argentinien auf unendlich langen Straßen erlebten wir einiges. Musik 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 Das Schöne ist, wenn man sich ein Auto mietet, dass man überall anhalten kann, wo man möchte. So konnte ich die schönsten Sonnenuntergänge fotografieren. Hat dir das Video gefallen, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal für weitere Videos. Musik